Herzlich Willkommen zurück zu Shogunners. Wir betreten das Finale, der Karneval des Todes und beenden damit diese Episode. Vier. Dann würde ich sagen, machen wir das aber so und dann müssen wir aber auch, weil ich den Roboter so gerne mag, dann müssen wir auch noch mal eben gucken, was wir dann für den noch haben. Okay, eine deutlich geringere Reichweite, dafür einen Schuss mehr. Ja, ist nicht so sexy irgendwie. Nee, das ist alles nicht so sexy. Okay. Bei halt 35 Schaden ist halt schon krass. Zwei Schuss. Wir probieren es mal da mit. Ich bin gespannt, was das jetzt gibt. Wenigstens gibt es keine Clowns. Nicht. Dafür steht Kilometer. Okay, wahrscheinlich müssen wir jetzt zehn Einheiten töten und dann kommen wir zum Endboss. Vier Leute haben wir jetzt halt. Das ist halt auch schon echt viel. Das fängt dann langsam an, unübersichtlich zu werden. Okay. Wir müssen aber hier ein bisschen die Arena checken. Also, den würde ich eigentlich schon ganz gerne rauskriegen. 100% auf den Brandstift da. Na, das ist gut. Napalm hätte man sonst auch noch mal ausprobieren können. Mit Tybald gehen wir erstmal ein bisschen ran. Und dann machen wir eigentlich wieder so den Standardkram. Mit dem Abschaum her. So, er hier kann mal ein bisschen reinmarschieren. Der kann ja ein bisschen was einstecken. Und auch natürlich auch nur was, wenn wir mit ihm angreifen können. 80% Chance. Und irgendwo ist noch ein Fass. Hier ist noch ein Fass. Das bringt aber aktuell nix. Das Fass bringt nix. Okay, Kilometer hat also schon mal eins. Das ist egal. Okay, wir können uns hier auch schon mal ein bisschen nach vorne preschen. Oder schon mal auf... Oder uns jetzt gehen hier vorknüpfen. Aber dann steht sie halt so weit außen. Hier haben wir noch einen. Ach, das ist sogar so einer. Richtig unangenehm. Dann machen wir mal folgendes. Schauen wir mal mit ihr hier hin. Achso, war der Falsche. Schade. Ja, das ist schlecht. Okay, dann müssen wir gleich was gegen machen. Ich wollte natürlich auf den Freak schießen und nicht auf den Abschaum da. Ich glaube, das war keine gute erste Runde. Ich habe doch einen Bischof dabei. Okay. Was machen wir? Ja, ich muss Q-Balt jetzt hier ein bisschen aufräumen. Reicht leider nicht ganz. So, mit dem Morden. Den würde ich eigentlich ganz gerne dann hier weitermachen. Und Scarnet befreien. Egal. Scarnet befreien hat jetzt die erste Priorität. Weil wir den jetzt nämlich auch ausschalten können. Mit dem Schnappschuss. Und dann können wir den hier im Grunde auch gleich noch mit rausnehmen. Auch wenn natürlich verlockend ist, jetzt auf den Brandstifter zu gehen. Aber raus ist raus. Okay, Markus können wir jetzt selber auf den gehen. Ja, gerne. Dann ist der fast back. Nächste Runde ist er raus. Boah, gut, dass er nicht getroffen hat. Also Q-Balt hat da schon leichte Schwierigkeiten. Ach, weil der Warden ja immun ist. Okay, dann kommt gleich neuer. Aber zum Glück erst da hinten. Q-Balt muss den jetzt rausnehmen. Kann ich das jetzt leider nicht mit der Sabotage machen. Da fände ich gerne. Aber jetzt machen wir es jetzt so. Aber dass jetzt der Kühlschuf dann gleich nicht unangenehm offen drauf kommt. So, der Warden. Muss nachladen. Was haben wir hier eigentlich noch für Sachen? Leichtes Ziel. Stampfen. Der macht den Brandstifter kalt. Wenn ich das richtig sehe, ist das auch fein raus. Was, der kriegt trotzdem Schaden? Dann hätte ich ihn natürlich noch wegbewegt vorher. 50%, nee, 46%, 50%, ja, aber das hilft's. Wenn wir uns einfach untrefft haben. Aber bitte, bitte, bitte. Schade. Schade, schade, schade. Was hat Markus für eine Chance? Gar keine, weil er nachladen muss. Das machen wir mal zu... Nee, machen wir mal nicht. Zuerst. Eine andere Idee. Erstmal das. Sehr gut. So, dann kommen jetzt zwei neue. Yay. Und noch eine neue. Yay, noch ein Brandstifter. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir laufen mit dem Tügel vielleicht mal woanders hin. Ah, ich hätte... Ansonsten wäre es vielleicht ganz schlau gewesen, das nicht auf die Muerta zu machen. Bei beides ist ja immer ein bisschen Verschwendung. Ich hätte ihn dann eigentlich auch gerne mit in diesem Bereich mit drin, deswegen laufen wir jetzt hier auch mal rüber. Der wird alleine, wird der nicht überleben. So, der Warden. Ich kann sich hier ans Feuer stellen. Wir müssen auch gleich unbedingt mal heilen. Ja, nächste Runde wird er geheilt. So, wir müssen nachladen. Das ist leider nicht kostenlos. 80 Prozent. Wenn Markus jetzt irgendeine Chance hat. Auch nicht kostenlos nachgeladen. 80 Prozent. 80 Prozent. Ist ja die Frage, auf wen geht man jetzt? Der Brandstifter ist, glaube ich, nerviger. Ich glaube, der ist echt nerviger. So, daher nehmen wir den raus. Und der brennt ja auch wunderschön hier. Die können jetzt auch nicht so wirklich gut rankommen, weil hier alles so berangt gesetzt ist. Nein! Nein! Mach das nicht! Nein! Ja, der Warden hat große Probleme. Vielleicht müssen wir das hier nochmal machen. Das ist schon knackig hier. Das ist dann gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Ja, Warden hat ein Problem. Den Warden müssen wir jetzt erstmal rausziehen. Den ziehen wir dann erstmal raus. Ah, der Quillert hat hier gar nichts. 20 Prozent schon. Das ist halt nichts. Versuch was wert! So, Warden geht einmal hier hin. Und macht eine Selbstreparatur. Scarlet. Das ist schon verlockend irgendwie. Aber der hier nervt halt auch. Mal den mitnehmen. Ja, dann machen wir doch das. Nein, sie brennt! Oh, nee, ey. Steht jetzt auch gar nicht mehr so gut da. Was ist der jetzt halt weg? Bad Scum is not getting up! Keine Ahnung, ob das jetzt so schlau war. Sie darf aber nochmal was machen. Ja, und was jetzt hier die Wahrscheinlichkeit ist. Wir machen es aber einfach mal. Schade. Das wäre natürlich jetzt mega gewesen, wenn sie den jetzt noch rausgenommen hätte. So, Markus steht hier eigentlich immer noch ganz nett. Äh, der wird dadurch leider nicht geheilt. Wie weit könnten wir damit heilen. Alternativ gehen wir mal auf den Busch auf. Zwei noch. Das ist schon besser. Das ist schon besser. So, Tybald. Was machen wir mit dir? Ja. Erstmal nachladen, um zu gucken, was überhaupt geht. Das ist so unnötig, diese Hackfähigkeit. Ah. Nahkampf gegen Muerta könnte man machen, ist aber halt dumm. Schmeißen hier mal den Köder rein. Will das Hologramm voll die Defender? Nice. Und unten geht der Skum. Okay, ansonsten hat sie aber nichts, auf was sie gehen kann. Dann müssen wir jetzt mit ihr dichter ran. Oh, das war ja nicht mehr. Auf jeden Fall 80% daneben, das kann doch nicht wahr sein. Oh, das war so eine sichere Sache. Shit, der muss nachladen. Oh, okay, das war jetzt Glück. Bitte jetzt aber treffen. Danke. Richtig. Damit haben wir es auch geschafft. Besiege alle Verteidiger, besiege den Superfreak und seine Leibnichter. Ja, Laufensfeuer, super Idee. Danke. So genial. Ah, das ist gut. Nö. Alter. Unangenehm. Geht abt. Ich hoffe aber, dass sie jetzt nicht noch mehr nachkommen, dass das dann jetzt auch das war. Ja, der Anstifte, da wird noch richtig herrlich. Das sieht auf 72. Nice. Ich hoffe, sie löscht sich bald mal. Sonst muss ich mal... Ah, okay, dann ziehen wir gleich das Medikit. Scarlet. Ich muss einmal nachladen. Topping off her Ammo. Kostengruss. Sehr gut. Dann können wir auch das Medikit Plus einmal nehmen. Weil sie halt jetzt nicht so gut versteht. Und dann tindere ich dazu, Eingriff zu nehmen. Geht aber nicht. Ja, wir müssen uns hier wieder in Sicherheit bringen. So ein bisschen Entdeckung. So, Markus. Ja, ja, ja. Ich stelle es euch mal hier hin. Brandstück da. Ja, so. Neuerter ist raus. Superfreak ist schon mal angehauen. Der Superfreak ist halt auch so ein nerviges Ding. Okay. Und das ist noch gar nicht der Endbross, wie ich erst dachte. Okay. Nachher den Rippen halt nix hätten. Wir tauschen wieder mit Muerta. Sonst ziehen wir uns hier mal wieder ein bisschen zurück. So, Warden würde ich eigentlich ganz gern hier mal so ein bisschen in. Wir gucken, wir lassen. Mir gefällt halt nicht, dass diese Flanke hier komplett unbewacht ist. Aber gut. Das wird jetzt leider auch nicht sich erstmal ändern. Das muss man auch laden. Ah, die Runde fühlt sich jetzt nicht so befriedigend an. Egal, wir haben einen Muerta rausgenommen. Er geht auf Volotyper. Das ist auch gut. Der Superfreak ist natürlich echt nervig. Ich glaube, das ist tatsächlich mit der nervigste Gegner-Tipp-Möse. Der Muerta läuft hier auch gerade fleißig rum. Alle nervig heute. Wie gefühlt, weiß ich nicht, bin etwas unzufrieden. Okay, Muerta geht hier in den Marker. Interessant. Oh, das ist natürlich auch ein Fakt. Das ist eigentlich nicht so ein Fakt. Ich bin ein Fakt. Das ist natürlich ein Fakt. Jetzt brennt der Superflug. Jawoll. Herrlich. Ach ja, das läuft ja auch mit alles richtig gut hier. Oh ja, extreme Sabotage gegen den Brandstifter hier. Das ist glaube ich mal ganz gut. So, der Warden. Ja. So, Scarlet. Treffbar wäre schon mal sinnvoll. Boah, die kriegen das weg. Hoffe ich. Ja, Markus muss sich zurückziehen logischerweise. Verdammt. Die Napalmgranate bringt halt nichts gegen den. Ah, nee, ey. Mist. Ah, das ist... Kostenlose, das ist kostenlose Nachladen, der so wichtig ist gewesen. Von vorne auf an. Das müssen wir gleich heilen. Geht aber nicht, weil er betäubt ist. Oh, nee. Okay. So, und der heilt jetzt bestimmt nicht. Genau. Aber den nehmen wir gleich raus. Und Scarlet dann noch hebt. Ah, das ist schon knifflig hier. Also das ist echt... Echt nicht ohne. Der kommt jetzt leider ran. Ja, das ist richtig unangenehm jetzt. Das ist jetzt richtig unangenehm, weil der wird Markus ja gleich auch noch wieder mit Kopf getauen. Und der macht jetzt wieder... Oh ja, nein. Markus ist leider getäuft und brennt. Das ist eine ganz schlechte Kombination. Ach ja, der konnte ja nichts machen. Ja, toll. Der spielt jetzt mit Tybalt. Nächste Runde haben wir den. Wir müssen den kaputt machen. Wenn wir den jetzt kaputt machen... Oh, wird Markus nicht von Explosion getroffen. Der Warden hingegen schon. Ich stelle den mal eben hier hin. Dann ist der endlich weg. Okay, Scarlet spielt hier irgendwie so ein bisschen ihre eigene Welt. Was aber auch nicht so schlecht läuft. Nicht so schlecht läuft. Was ist er thinking? Okay, der ist natürlich auch anfällig gegen Strom. Weiß ich nicht, ob wir den hier jetzt rauskriegen. Es ist auch schön, dass der in so viel Heilung ist, aber der muss halt auch erstmal hinkommen. Das ist schlecht. Wir haben keine Wiederbelebung. Wir haben keine Ahnung, ob er das paar Patten jetzt hier mit rein. Aber wir probieren es natürlich. Das ist wieder so typisch, dass das wieder nicht funktioniert. Hätte ich selbst mal auf den Abschaum gegangen. Aber gut, dann können sie gleich heilen. Oh, das hat sich ja auch noch. Der Warden ist auch gleich weg. Ich mache mir jetzt hier auch schnell, weil ich glaube, das hat sich hier gleich erledigt. Ach, verdammt. Ja, jetzt habe ich auf hier wieder nicht drauf geachtet. Das war richtig dämlich. Ich muss nicht jetzt heilen, denn die ist auch weg. Naja, das wird nichts Mängeln. Wollte ich auch nur noch Blödsinn machen. Beziehungsweise gehen wir eher hier auf den Nahkampf. Er hat da raus. Hätte man vielleicht eher noch in Richtung Nahkampf bringen müssen, aber es war halt auch immer so eine Übermacht. Das muss eigentlich keine größte Schuss sein, das zu machen mit dem Nahkampf. Der läuft halt immer noch dieser Superflug rum. Wo er gleich wieder einen rausnimmt. Aber wobei, Warden kann er rausnehmen. Dann können wir mal den gleich wiederholen. Noch viele weiter. Dann gehen alle in den Overwatch. So viele sind es halt auch nicht mehr. Dann gehen wir dann hier nach. Gehen wir bei den Overwatch rein. Dann haben wir lieber nach. Okay, die Soldatage macht gegen den halt wenig Sinn. Kein Ziel verfügbar. Aber warum ist der denn nicht sichtbar? Das wird nichts. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir werden mal gucken, wann wir hier eine... Karneval des Todes. Runde 10 war das letzte. Jetzt müssen wir nochmal komplett neu starten. Da war Markus auch schon raus. Ne. Da war Erkundung. Ja, dann werden wir das Level neu starten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn wir es nochmal probieren. Bis dann. Bis dann.